Willkommen bei Medizinmann. Siehe, Selena Gomez und mehr als 5 Millionen Menschen weltweit verbindet eines. All sie leiden an Lupus. Doch was genau läuft schief im Körper eines Menschen mit dieser Krankheit? Ich bin Christian, Arzt und Rheumatologe und lade euch ein, hier jetzt mehr zu erfahren, was bei Menschen mit dieser mysteriösen Krankheit geschieht. In diesem Video erfahrt ihr die Anzeichen von Lupus, welche Immundefekte bei Lupus vorliegen und welche Tests bei der Diagnose helfen können. Dieses Video ist in Abschnitte eingeteilt, sodass, falls ihr mit einem Teil schon vertraut seid, ihr natürlich diesen überspringen könnt. Bei Lupus handelt es sich um einen sehr alten Krankheitsbegriff, der für eine Reihe unterschiedlicher Krankheiten verwendet wird. Die Gemeinsamkeit von allen Lupus-Patienten ist, dass ihr Immunsystem körpereigene Zellen attackiert. Normalerweise dient unser Immunsystem dazu, uns zu schützen vor Eindringlingen wie Bakterien, Viren, Parasiten oder uns auch vor inneren Bedrohungen zu schützen wie der Entwicklung von Krebs. Bei Patienten mit Lupus jedoch attackiert das Immunsystem körpereigene Zellen. Wenn das in einem bestimmten Muster geschieht, ist das dann etwas, was für uns als Ärzte die typische Erscheinung von Lupus hat. Aber es ist wichtig zu verstehen, dass Patienten mit Lupus auch grundlegend unterschiedlich sind. Die Anzeichen von Lupus. Wenn wir von Lupus sprechen, meinen wir zumeist den sogenannten systemischen Lupus. Das bedarf einer Erklärung. Systemisch bedeutet, dass eine Erkrankung grundsätzlich im gesamten Körper auftreten kann. Das Immunsystem ist im ganzen Körper aktiv. Und so kann es natürlich auch im gesamten Körper zu Problemen durch Lupus kommen. Häufige betroffene Organe sind hier in der Grafik aufgeführt. Die berühmteste, vielleicht klassischste Manifestation ist in Form des sogenannten Schmetterlingsirithems. Ein Charakteristikum dieses Hautausschlags ist, dass die sogenannten Nasolabialfalten nicht davon betroffen sind. Nasolabialfalten sind hier unten links abgebildet. Und das hilft, diese Art des Hautausschlags von anderen Formen zu unterscheiden, wie beispielsweise Rosazea, was diese Falte mit einschließt. Es gibt weitere Formen von Hautmanifestationen von Lupus. Eine wichtige davon ist auch der sogenannte Discoide-Lupus. Das ist auch die Form von Lupus, an der Seel leidet. Das Charakteristische davon ist, dass diese Entzündung hinterher Vernarbungen hinterlässt. Die Beteiligung der Nieren ist eine schwere Komplikation und war in früheren Zeiten häufig eine Todesursache in Lupus. Gott sei Dank hat sich das mit der Verfügbarkeit von Nierenersatztherapien unheimlich gebessert. Hier ist das Foto, das Selena Gomez bei Instagram gepostet hatte, als sie eine Nierentransplantation bekommen hat. Und eine Nierentransplantation ist eine sehr gute Therapie in dem Fall. Es ist erstaunlicherweise sehr selten, dass Lupus die transplantierte Niere wieder betrifft. Ganz im Gegenteil, oft führt die Transplantation einer Niere dazu, dass Lupus auch die in den anderen Organen oftmals vollständig zum Stillstand kommt. Ein Teil davon ist sicher, dass eine Nierentransplantation auch die Gabe von Immunsuppressiva bedeutet. Die helfen natürlich, die Manifestation von Lupus zu kontrollieren. Aber offenbar ist auch die Transplantation an sich sehr hilfreich. Gelenksbeteiligung bei Lupus ist häufig verbunden mit Schmerzen und Schwellungen in den Händen und Knien. Typischerweise in den Morgenstunden, die dann sich im Laufe des Tages bessert. Eine Langzeitfolge ist auch die sogenannte Jaku-Athropathie. Das Charakteristische hier ist, dass das eigentliche Gelenk sehr wenig Schaden hat, dass diese Deformation vor allem zustande kommt durch Veränderungen der Sehnen und Bänder und dadurch mit leichtem Druck sehr einfach in die richtige Position wieder versetzt werden kann. Was es zum Beispiel von Rheumatoide Arthritis unterscheidet. Häufig und auch sehr schmerzhaft kann die Beteiligung der Schleimhaut sein. Schleimhäute sind generell ein Bereich, wo das Immunsystem sehr aktiv sein muss, weil es sich hier quasi um eine Körperoberfläche handelt. Und so ist es leider so, dass oft bei Schüben von Lupus die Schleimhäute besonders schmerzhaft werden können und diese Ulzerationen, also Wunden, oftmals bilden. Linderung bietet da lokale Anästhetiker oder Cortison-ähnliche Seiben, die dort helfen können. In manchen Patienten kommt es darüber hinaus auch zu einer Gerinnungsneigung, einem sogenannten Antiphospholipid-Syndrom, was mit der Bildung von Blutgerinnseln einhergehen kann, die dann oftmals mit Gerinnungshemmern behandelt werden müssen. Ein weiteres Video zu Blutgerinnseln ist hier oben verlinkt. Glücklicherweise wurden in den letzten Jahren doch große Fortschritte in dem Verständnis entzielt. Und was klar wird, ist, dass ganz unterschiedliche Bereiche des Immunsystems gestört sein können zu Beginn. Und das ist dann im Laufe der Zeit zu Störungen in mehr und mehr anderen Bereichen des Immunsystems kommt. Am Ende kommt es zum Verlust der sogenannten Toleranz gegen körpereigene Eiweiße. Normalerweise lösen körpereigene Eiweiße keine Immunreaktion aus. Bei Lupus kommt es aber doch dazu, weil die Regulationsmechanismen, die das verhindern sollen, nicht richtig funktionieren. Wenn ihr mehr darüber lernen wollt, im Video über Coronavirus ist besprochen, wie es zur Bildung von Antikörpern kommt. Paradoxerweise ist in manchen Fällen eine Immunschwäche der Auslöser von Lupus. Wenn in manchen Bereichen des Immunsystems eine Schwäche vorliegt, kann es dadurch zur Überstimulierung von anderen Bereichen kommen. Und das führt dann offenbar in manchen Fällen auch zu Lupus. Es scheint bei Patienten mit Lupus auch sehr vermehrt zu Problemen bei der Entsorgung von sterbenden Zellen zu kommen. Normalerweise ist diese sehr genau reguliert, sodass wenn eine Zelle abstirbt, dass es dann zu einer sehr fachgerechten Entsorgung von einem Zellmaterial kommt. Das scheint es bei Lupus große Probleme zu geben. Und das erklärt zum Teil auch, dass auch UV-Strahlung, also ein Sonnenbrand, in vielen Fällen einen Lupusschub auslösen kann. Wenn ein Patient, eine Patientin, sich der Sonne aussetzt und in vermehrtem Ausmaß Hautzellen absterben, wird natürlich viel genetisches Material freigesetzt. Und das kann bei so einem prädisponierten Patienten oft an einem Lupusschub münden. Aus diesem Grund ist es sehr wichtig, adäquaten UV-Schutz zu haben. Lupus scheint auch über sehr lange Zeiträume sich zu entwickeln, sodass man schon viele Jahre, bevor Symptome auftragen, die ersten Anzeichen von Lupus im Blut vieler Patienten erkennen kann. Wenn es bei Kindern schon auftritt, dann ist es häufig in einer sehr schweren Form. Was bei der Diagnose von Lupus sehr hilft, ist diese Tatsache, dass am Ende es zu einer Bildung von Antikörpern gegen bestimmte Eiweiße kommt. Das ist für den Diagnostiker sehr hilfreich, weil man diese Antikörper messen kann und das in bestimmten Fällen auch in der Diagnose im richtigen Patienten sehr hilfreich ist. Bei etwa der Hälfte von Lupus-Patienten kommt es zu Erhöhungen von bestimmten Botenstoffen, und zwar den sogenannten Interferonen. Der Sinn von Interferonen ist normalerweise die Verteidigung gegen Viren. Also das ist auch so ein Signalmechanismus. Eine virusinfizierte Zelle wird in vermehrtem Ausmaß diese Interferone freisetzen. Und diese Interferone dienen dazu, Zellen in der Umgebung vor Virusinfektion zu schützen. Also die umgebenden Zellen werden dann auch eine Art antivirales Programm initiieren, oder sollten sie schon virusinfiziert sein, auch in den geregelten Zelltod übergehen, einfach um die Ausbreitung von Viren einzudämmen. Für das gesunde Immunsystem sind diese Interferone also sehr wichtig in der Verteidigung gegen Viren. Aus diesem Grund gibt es auch spezialisierte Zellen, die dazu dienen, Erbinformationen von Viren zu erkennen, mittels den sogenannten Toll-like-Rezeptoren, die hier in gelb dargestellt sind. Sobald diese Zellen ein Zeichen von Vireninformationen entdecken, können sie unheimlich große Mengen an Interferonen freisetzen. Unglücklicherweise kommt es bei Patienten, bei etwa der Hälfte der Patienten von Lupus, zu einer Fehlerkennung von einer möglichen viralen Infektion, so scheint es. Also bestimmte Zellen, die mich sehr interessieren, sogenannte dendritische Zellen, insbesondere die Plasmacytoiden dendritischen Zellen, haben diese Aufgabe, virale Fragmente zu erkennen, durch sogenannte Toll-like-Rezeptoren. Also wenn jetzt ein Virus eindringt, können diese Rezeptoren die Erbinformation dieses Virus erkennen und anhand dessen quasi wie ein Lautsprecher auch fungieren und riesige Mengen dieser Interferone freisetzen. Bei manchen Patienten mit Lupus kommt es offenbar zu einer Disregulation dieser Zellen, sodass diese große Mengen an diesem Interferonen freisetzen, was dann auch zu den typischen Symptomen führt. Also viele Patienten mit Lupus fühlen sich so ähnlich wie jemand, der die Grippe hat oder einfach ein Virusinfekt, nur die ganze Zeit. Also diese Müdigkeit, Abgeschlagenheit, einfach das Unwohlbefinden, ähnlich wie wenn wir die Grippe haben oder ein Grippaleninfekt, ist das in manchen Patienten mit Lupus ein Dauerzustand, was natürlich unheimliche Konsequenzen auf die Lebensqualität und auch beispielsweise die Bildung von Depressionen haben kann. In den Patienten, wo das der Fall ist, spricht man auch von der sogenannten Interferon-Signatur und es gibt neuerdings Medikamente, die genau diesen Mechanismus versuchen zu blockieren. Labortests, die in der Diagnostik von Lupus helfen können. Der klassische Test ist der sogenannte ANA oder antinukleare Antikörpertest. Das ist ein schon einige Jahrzehnte alter Test, bei dem Patienten Serum mit Zellen in Verbindung gebracht wird und geschaut wird, ob eine Reaktion gegen Zellkerne entsteht. Wie gesagt, sollen wir normalerweise keine Immunreaktion gegen Zellkerne oder irgendwelche Zellstrukturen bilden. Bei vielen Patienten mit Lupus oder Autoimmunerkrankungen generell ist das aber der Fall. Das heißt, die überwältigende Mehrzahl von Patienten mit Lupus hat positive antinukleare Antikörper. Das ist eine Art Screening Test, also man schaut nur, ob irgendwelche Antikörper gegen Zellkerne überhaupt vorhanden sind. Man kann das dann auch weiter untersuchen, wie diese positive ANA, woraus die genau bestehen. Also ANA heißt nur Antikörper gegen Zellkerne. Man kann jetzt noch genauer differenzieren, für welchen bestimmten Zellkernbestandteil Antikörper gebildet werden. Die haben dann nochmal andere Namen, zum Beispiel auch gegen doppelsträndige DNA oder andere Antikörper. Das kann eine gewisse Aussagekraft auch über den Verlauf oder die Prognose von Lupus haben. Was wichtig zu verstehen ist, ist aber, dass ein positiver ANA-Test sehr häufig ist. Die überwältigende Mehrzahl von Personen mit positiven ANA-Tests hat kein Lupus. Eine Diagnose von Lupus wird also immer gestellt anhand der Symptome, der klinischen Symptome und der Blutdiagnostik. Oftmals kommt das sehr stark zu Verwirrungen und auch viele Ärzte sind damit nicht so vertraut. Also wir bekommen sehr häufig die Frage, positiver ANA-Test hat dieser Patient Lupus? Und es kommt ganz darauf an, welche Symptome dieser Patient hat. Wenn jemand sich nur abgeschlagen gefühlt hat und dann diesen Bluttest hatte und der ist minimal positiv, ist das Vorliegen von Lupus sehr, 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 sehr unwahrscheinlich. Also der Bluttest hat durchaus Sinn, aber nur in dem Zusammenhang, dass wirklich auch Symptome von Lupus vorliegen. Andere Ursachen für einen positiven ANA-Test sind auch nur manche Medikamente, Alter, also beispielsweise 10 bis 15 Prozent der Bevölkerung haben positive ANA ohne Vorliegen von Lupus oder einer anderen Autoimmunerkrankung. Andere Formen von Lupus seien noch ganz kurz erwähnt. Es gibt noch den Medikamenten-induzierten Lupus. Das bedeutet, dass auch bestimmte Medikamente lupusähnliche Anzeichen auslösen können. Manchmal kann ein bestimmter Antikörper, sogenannte Antihiston-Antikörper, Hinweise darauf geben. Das ist aber oft schwer zu beweisen. Aber typischerweise verschwindet so ein medikamenteninduzierter Lupus mit dem Absetzen der jeweiligen Medikation. Auch Neugeborenen-Lupus sei nur kurz erwähnt. Das ist eine Form von Lupus, wo Antikörper der Mutter mittels Plazenta auf das Neugeborene übergehen und dann gewisse Symptome von Lupus eben auch im Neugeborenen erzeugen können. Wichtige und schwere Auswirkungen davon wären auch bestimmte Herzrhythmusstörungen, was zum Glück sehr selten vorkommt. Zusammengefasst, was ist Lupus? Lupus ist eine Erkrankung des Immunsystems mit vielen möglichen Anzeichen. Klassischerweise ausgelöst durch den Verlust von Toleranz und Bildung unter anderem von Antikörpern gegen körpereigene Proteine. Und in manchen Patienten auch so quasi Virenfehleralarm, also der Freisetzung von Interferonen, die der Virenabwehr dienen, aber gar keine Viren da sind, was dann zu eher so grippeähnlichen Symptomen auch führen kann in diesen Patienten. Ein ganz typisches, klassisches Anzeichen ist dieses sogenannte Schmetterlingsiritherm. Schwere Fälle von Lupus können sich als Nierenversagen auch äußern. Ein typischer Labortest für solche Patienten mit Lupus ist das Vorhandensein von antinuklearen Antikörpern. Aber ich will noch mal betonen, dass das bloße Vorhandensein dieser Antikörper an sich kein Grund zur Beunruhigung ist, da sehr viele Personen diese haben, ohne Lupus zu haben. Lupus ist eine sehr unterschiedlich verlaufende Krankheit, dadurch, dass es eben so viele unterschiedliche genetische Ursachen haben kann. Aber die meisten Fälle sind Gott sei Dank sehr mild. Für jeden ist sehr stark zu empfehlen, gerade für Patienten mit Lupus, ein gesunder Lebensstil und die Vermeidung von UV-Licht. Für den Fall, dass ihr euch Sorgen um eure Gesundheit macht, zögert nicht, einen Arzt eures Vertrauens aufzusuchen. Ich verlinke euch hier ein Video, wie ihr einen guten Arzt finden könnt. Wenn euch Lupus aus Patientensicht noch mehr interessiert, verlinke ich euch auch ein Video von Celina Gomez, wo sie von ihren Erfahrungen als Lupus-Patientin drin berichtet. Wenn euch Themen wie diese interessieren, abonniert jetzt meinen Kanal, damit wir uns bald wiedersehen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Euer Medizinmann. 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 Vielen Dank.